Da geht es auf alle Fälle dann relativ schnell ans Eingemachte eigentlich, wo es dann spannend wird. Und ich glaube, ganz wichtig ist einmal einfach für sich diese Offenheit zu finden, dass du mit dem umgehen kannst. Also nur weil du jetzt die neue Führungskraft im Raum bist, heißt das nicht, dass du alles wissen musst. Das heißt nicht, dass du alles können musst. Du musst einfach da, wie wir in der letzten Folge dieses Ego angesprochen haben, du musst auch da mit diesem Ego umgehen können, zu sagen, du, weiß ich nicht, schaue ich mir an, kommt irgendwann und im Idealfall, wenn du halt entsprechend motiviert bist, wird dann dieser Zeitpunkt von, ich habe erkannt, da weiß ich was nicht zu, bis ich dann weiß, wird der dann hoffentlich nicht wochenlang dauern, sondern motivierte Leute schauen sich dann im Idealfall am Abend oder am nächsten Tag halt dann die Sachen an und erstaunen sozusagen am nächsten Tag dann damit, dass sie sich jetzt angeschaut haben und dass sie jetzt soweit sind. Das ist dann egal, ob es da um fachliche Themen geht, wo das natürlich gang und gäbe sein sollte, aber es könnte auch genauso gut um zwischenmenschliche Themen gehen, wo man einfach merkt, okay, da gibt es halt für uns irgendwie ein Thema und der andere ist dann halt gut vorbereitet auf dieses Thema, um was da gehen könnte oder hat sich vielleicht eben schon Gedanken dazu gemacht, hat ein bisschen sich zurückgenommen und kann daraus eben eine andere Perspektive anbieten. Ich glaube, das, was du auch gemeint hast, ist schön übersetzt von Joko mit, du sollst nach oben und nach außen schauen als Führungskraft anstatt nicht nach innen und nach unten, wo du sozusagen ja nur in dem Daily Business drinnen bist und aus dem ja kaum dann herauskommst und dann eben nicht die großen Entwicklungen, das große Picture, wo soll es hingehen, vor dir sehen kannst, wenn du einfach dir das nicht gönnst. Und ich glaube, auch das ist eine Entwicklung, die man als junge Führungskraft mitnehmen muss, dass man sich immer wieder aus der Situation herausnimmt und sich anschaut, was kann ich denn eigentlich tun, was liegt denn da gerade vor mir, was passiert denn da gerade? Und wie du schon eingeführt hast, ja, also das im Tagebuch vor allem festzuhalten, ist natürlich sozusagen die Crème de la Crème, wie kann ich mich damit beschäftigen? Weil einfach, wie wir wissen, durch das Schreiben, durch die Verlangsamung passieren halt im Hirn ganz andere Prozesse, als wenn du dich einfach am Abend nicht einschlafen kannst und deine Gedanken drehen sich im Kreis herum. Und wie du schon erwähntest, wie wir uns hierher sehen, wie wir uns hierher sehen,